Diese High Heels ist so komisch, wie laufen die ganzen Mädchen mit Schnuckerschuhe? Ach ja, was ist das? Wer guckt meinen Arsch an? Habibi, denkst du, ich komm zur Disco rein? Ach ja, das ist drei Nummern zu klein. Was sind diese Filme? Was ist los? Nimm mich aber ziemlich scharf, Kuzin, mit High Heels. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Ey, Wakuzang. Ey, Khabib, mach keinen Faxen anig, keinen MMA anig. Ich hab nicht trainiert. Er ist ein Monster. Ich war der Erste. Willst du eins gegen eins, Jemenya? Komm, Mann. Du Bärensohn. Ey, Wallah, meine Freundin hat mich verlassen, weil sie hinter meinen Rücken geredet hat wegen meinem schiefer Auge. Und damit bin ich gar nicht mehr klargekommen, Wallah. Guckst du mich an oder die Reporterin mit deinem schiefer Auge? Baby, ich seh nur dich. Wallah, nur dich. Was ist los mit dir? Hast du mal in den Spiegel geguckt? Nee, hab keins. Ja, das seh ich, dass du keinen hast, Baby. Ich hab eine Frage. Warum machst du denn Schluss, wenn er so ein schiefer Auge hat? Das ist doch menschlich. Mhm. Aywa. Wahyatak. Sie ist durch. Durch? Inwiefern meinst du das? Durch für diese Darby Girls. Darby Girl? Guck mal dich an, du Abu-Schief-Auge. Du guckst mit einem Auge zu Kudam. Andere bestellt bei McDonald's ein Mini. Wahyatak. Guck mal den an. Er kann zwei Menschen gleichzeitig einen Shop servieren. Okay, kurz mal entspannen, bitte. Denkst du, sein Auge kann sich entspannen? Ha. Pfff. Ecclesing, auf diese Auge, wir trinken jetzt ein fetter Sekt. Was los, ihr Maniacs? Aywa. Pfff.